Bier ist nicht nur Genussmittel, Bier ist auch gesund, vorausgesetzt es wird maßvoll konsumiert. Es hat weit weniger Kalorien als andere Getränke und enthält wertvolle Inhaltsstoffe wie Vitamine und Mineralien. Daher ist beispielsweise alkoholfreies Weißbier auch ein ideales isotonisches Getränk nach dem Sport. Darüber hinaus ist Bier in Bayern Bestandteil der feinen Küche. Frühlingsgemüse mit Bierbutter, Schweinshaxen mit Dunkelbiersauce, Weißbiertiramisu, Apfelkücherl in Bierteigmandelkruste oder Biertorte mit Vanillekrütze sind nur einige wohlschmeckende Beispiele. Auch die EU hat die Bedeutung des bayerischen Bieres erkannt und es als geschützte geografische Angabe zu etwas ganz Besonderem erklärt. Wer das flüssige Gold Bayerns einmal genießen konnte, weiß warum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017